Das ist ein Schnuckelbärchen hier. Das haben wir mal in Wasser reingepackt. Aber nur wegen meiner Kuppe. Das ist zufällig die Form. Ist rein zufällig. Deine Frau hat ja mitgegeben. Mein denn seine hier? Deine Frau? Ist das süß? Es ist kein Wunder, der hat mich nicht gern da drin. Das weiß ich. Ich hab den Kopf schon gekackt. Es war zufällig. Ich hab jetzt einen Kopf, hier sind gelegen. Der hat den Hälschel im Arm. Dann hat der es schon gesagt. Der hat einfach zufällig. Der ist doch Teillösen, oder? Könnt' ihr euch vorstellen. Der hat so einen Garten. Keine Frau in der Krüven. Hier ist was los hier. Hier ist was los. Ist nichts zu glauben. Ist nichts zu glauben. Was denn? Das ist doch wahr. Das ist wahr. Jetzt gehst du oben. Cheers. Sie haben gar nicht gesehen mit der Dingschnuggeln in der Nacht. Junge, Junge, Junge. Das ist ja ein Glück, Mario, dass du nie mit Körperteilen aneckst, die du noch brauchst. Das ist eh unnüchtig. Junge, wie aus bist du denn? Du musst dir den Schnuppern. Du gehst auf seinen Pupé, damit du seinen Mutti bestehst. Der Habi. Ich brauche mal so eine Kugel. Ich finde, du passt hier voll rein. Ich finde, das ist optimal. Wohl hinten unsere Kabine. Ich habe das ganze Woche nicht gesehen, nur heute Morgen. Es ist ein richtig schöner Frauentürtel. Auch mit Prinzessin Mario. Ja. 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 Das ist sehr schlimm. Und der G, der Kleiderbremse, ne? Und hat Kufferchen. Das ist kein Problem. Das wird alles rausgeschnitten. Komm, jetzt können wir alle locker mit umgehen. Das kannst du hinterher jederzeit zeigen. Das muss man alles über Piep werden, ne? Du hast eigentlich nur Piep, 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 Piep.